Am Grabespunkt des Grundgesetzes beginnen wir einen Weg, der uns zu einer Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen führen soll. Du liebe Erde, gib der Esche Halt und Nahrung. Du liebe Esche, wachse zum Weltenbaum, der die Keimblätter des Grundgesetzes tief in seinen Wurzeln trägt. Und da finde ich auch diese so unregnete Esche mit dem Weltenbaum sehr passend. Da ist einfach unheimlich viel Hoffnung drin. Ja, das ist die Schule, aber in die falsche Richtung. Was? Ja, das ist die Schule, aber in die falsche Richtung. Aber natürlich ist da der Peter und der kann jetzt auch plaudieren. Die Esche hat gerade den ersten kleinen Sturz überstanden, aber ich hoffe, das wird einem eleganten Spagat. Alles abgeführt. Wir haben eine Webseite in die Welt gestellt. Da kann man abstimmen. Und es sind drei Fragen, die man abstimmen kann. Die erste ist, ich stimme zu, das Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung der Bundesrepublik zu erklären. Die zweite heißt, ich stimme zu, Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. So, was mit abgestimmt wird, ist, ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. Und das ist, ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nicht möglich ist. So, was mit abgestimmt wird, ist, ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nicht möglich ist.